Ob zur Schmerzlinderung oder Muskelstimulation, das digitale Elektrostimulationsgerät EM80 von Beurer sorgt für Linderung, Entspannung oder Erhaltung der körperlichen Fitness. Acht selbstklebende Elektroden und vier getrennt regelbare Kanäle ermöglichen den Einsatz am ganzen Körper. Die Elektroden sind einfach anzubringen. Sie können zwischen 30 vorprogrammierten Programmen wählen. Zusätzlich können Sie eigene Anwendungsabläufe programmieren. Das multifunktional einsetzbare Gerät kombiniert eine transkutane elektrische Nervenstimulation TENS, eine hochwirksame und nebenwirkungsfreie Schmerzbehandlung, eine elektrische Muskelstimulation EMS zum Aufbau und der Erhaltung der körperlichen Fitness und eine Massagefunktion zur Lösung von Verspannungen. EM80. Drei Funktionen in einem Gerät. Für die Eigentherapie zu Hause.